Wednester Star Parsi White Missbrauch vorgeworfen Schwere Anschuldigungen gegen Parsi Hünes White, 21 Im Jahr 2008 schaffte es der gebürtige Kanadier Als Schauspieler durchzustarten Seither hat der Filmstar schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt Mit der Netflix-Serie Wednester erlangte er jetzt weltweit Bekanntheit Doch nun scheint es, als könnte seine Karriere ins Wanken geraten Parsi wird vorgeworfen, zahlreiche Mädchen in der Vergangenheit sexuell belästigt zu haben Auf Twitter kursieren bereits seit einigen Tagen Nachrichten, in denen junge Frauen von ihren Begegnungen mit dem Serienstar berichten Immer wieder wird dem 21-Jährigen dabei vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben So beschreibt unter anderem eine Juselin, dass Parsi sowie seine Freunde sie und weitere Mädchen zu einer Party eingeladen hätten Dort habe der Schauspieler dann versucht, sie betrunken zu machen und unter Drogen zu setzten, um ihnen näher kommen zu können Auch wird dem gebürtigen Kanadier unterstellt, mit einer Minderjährigen intim geworden zu sein Ob die Anschuldigungen wahr sind, ist derzeit noch unklar Parsi selbst hat sich bislang noch nicht zu den schweren Vorwürfen gegen ihn zu Wort gemeldet Jedoch reagierte er mit der Deaktivierung der Kommentare unter seinen Instagram-Beiträgen auf die negativen Schlagzeilen Zum Bis zum nächsten Mal.